Weihnachten in Hongkong. Zur Weihnachtszeit kommen in Hongkong Besucher aus aller Welt auf ihre Kosten und können die festliche Atmosphäre in der asiatischen Metropole genießen und bestaunen. Noch bis zum 1. Januar 2024 findet das vom Hongkong Tourism Board organisierte Hongkong Winterfest im Harborside Long West of Art Park im West Colun Cultural District statt. An acht Abenden im Dezember erleuchtet ein Feuerwerk die Skyline von Hongkong mit weihnachtlichen Motiven. Ein 20 Meter hoher, festlich geschmückter Riesenweihnachtsbaum lässt die Hochhauskulisse von Victoria Harbour zusätzlich erstrahlen und bietet ein eindrucksvolles Fotomotiv. Weihnachtlich geht es auch in den weiteren Parks und Vergnügungsparks in Hongkong zu. So feiert die World of Frozen in Disneyland Hongkong ihre Eröffnung. Es handelt sich um die erste Frozen-Themenwelt weltweit. Im Ocean Park feiert der kleine Prinz Weihnachten und begeistert durch imposante Lichtprojektionen. Außerdem ist der AIA-Karneval an der Central Harbourfront zurück. Ein Winterspektakel der Extraklasse vom 21. Dezember 2023 bis 25. Februar 2024. Ein Jahrmarkt mit Tradition. So glänzt Hongkong festlich, bunt und magisch in der Weihnachtszeit und darüber hinaus. So geht Winter und Weihnachten in Hongkong. So glänzt Hongkong fest. 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 Vielen Dank.